Wisst ihr was? Sie hat gerade noch mehr Schuhe von JustFab bekommen. Jeden Monat! Schuhe! Schuhe! Noch mehr Schuhe! Und keine Versandkosten! Ist das nicht völlig verrückt? Wozu brauchst du so viele JustFab-Schuhe? Wow, wow, ich arbeite hart. Es ist mein Geld. Sie kosten nur 39,95 und sie machen mich glücklich. Das sind gute Gründe. Ich meinte ja bloß... Und jetzt ab in die Küche!